Aktuell eine Frau kennen. Ich habe eine Kennenlernphase mit einer Frau. Diese Frau ist perfekt für mich abgestimmt und ich bin perfekt für sie abgestimmt. Ihr habt es geschafft. An die ganzen Leute, die unter diesem Clip kommentiert haben, renn, 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 heirate ihn nicht. Lasst es nicht zu, dass er auch, dass diese Toksh-Familie auch Bestandteil deines Lebens wird. Ihr habt es geschafft. Dann nähe ich euch hier in den Chat ein. Ich habe mich versucht zu kontrollieren, aber ich konnte mich nicht kontrollieren. Es ist schwer, sich zu kontrollieren. Und die hat meine Kinder weggenommen. Deswegen laufe ich von mir selber weg. Ich hab mich aufsetzen. Ich habe hier die Leute, die ihnen voll und ich binglücklich. Werbebeben, ich bin glücklich. Ich bin glücklich.